Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Borderlands. Ich werde jetzt erstmal die Sachen mit den Rauchsignalen sein lassen und mich hier mal den Hudson Johns widmen, wo wir das schwarze Brett sichern sollen. Dazu müssen wir wieder in die Rust Cummins East. Ich habe übrigens mal noch... Das war hier, oder? In the middle of nowhere, genau. Ich habe übrigens mal noch vom Kollegen jetzt noch ein paar Sniper gekriegt. Kann ich gleich mal noch zeigen, die der mit seinem Charakter aufgesammelt hat und hat gemeint, er braucht es ja eh nicht. Und von daher hat er sie mir dann noch überlassen. Hier, das wäre einmal die. Die werde ich dann demnächst wahrscheinlich ausrüsten. Die dann für 43. Sieht auch schon mal sehr schön aus. Und, ähm... Stimmt, die wollte ich eigentlich verkaufen. Ich habe mittlerweile hier nochmal eine neue... Ähm, neue Shotgun gefunden. Der Rest ist soweit dann noch beim alten. Ach, ne, ich hatte hier noch ein... Ähm, ein neues Schild. Und hier eine neue Mod. Die halt noch ein bisschen den Sniper-Schaden hochsetzt. Gut, dann plündern wir hier erst nochmal, wie üblich. Und... Ja, kommt da hinten. Die Sachen nehme ich auch noch mit. Sei gegrüßt! Helena Pierce hat weitere Jobs für dich in New Haven. Das kennen wir doch schon. Ähm... Da ist ja auch noch Geld drin. So. Könnten wir vielleicht auch mal noch machen. Mal schauen. Aber jetzt will ich erst mal gucken, wo hier... Das Zeug ist. Ähm... Karte. Wir müssen doch wieder raus. Wie mir scheint. Na, dann fahren wir mal. Oder laufen wir mal. Na, ich denke mal, erfahren da unten ist ja eine Station. Munition sollte soweit aufgefüllt sein. Ich glaube, ein bisschen Shotgun habe ich verbraucht, aber... Das passt schon. Dann fahren wir mal los. Hm... Ging doch hier rüber, ja. Juppei di, juppei da. Passt schon. Wie nicht durch die Pampa fahren. Und ja, wenn wir dann Level 29 haben oder so. Oder 30 werden wir uns dann mal wieder an die Hauptmission machen. Ich glaube, nach der Mission werde ich es mal wieder mit... Ähm... Old Haven versuchen. Einfach mal um... Äh... Zu... Klappe da hinten. Äh... Einfach mal um zu gucken... Ob wir es dann abschließen können. Aber wie gesagt, die haben doch schon... Ordentlich Schaden gemacht, die Jungs. Und waren jetzt auch nicht so schlecht zu erledigen. Aha, hier oben ist es. Hier waren wir auch noch nicht, wie mir scheint. Weiß ehrlich gesagt auch noch gar nicht, ob ich die Sniper schon ausprobiert habe bisher. Ah. Nett. Ähm... Was haben wir hier noch drin? Ja. Aber wahrscheinlich hier in diesen Dingern. Nö. Au. Naja, gut. So viel Schaden machen sie nicht. Da hinten sind sie. Allerdings treffe ich auch nicht. Hm. Ach komm, da könnten wir hier eigentlich mal... ...den nehmen. Können wir uns den Revolver mal ein bisschen hochwerten. Die Kleinen hier erledigen. Die fressen doch schon ein bisschen mehr, sehe ich gerade. Und weg. Oh, einen neuen Revolver aufgenommen. Aber ich glaube, der dürfte nicht viel besser sein als den, den wir gerade haben. Ich schaue mal gerade nach. 206, doch. Der ist tatsächlich besser. Dann tauschen wir den mal aus. Genau das gleiche Modell. Ah, jetzt können wir auch hier endlich mal die Revolver-Munition aufnehmen. Sniper ist natürlich auch gerne gesehen. Zwei Stück müssen wir noch finden. Die Frage ist, wo? Wahrscheinlich hier hinten ganz... ...am Ende irgendwo versteckt. Tschüss. Ja, wie gesagt, die meint es nicht so großartig viel Schaden. Von daher... ...können wir uns das auch noch einigermaßen leisten. So, nachladen. Alter, können die fliegen? Meine Güte. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, du kommst auch noch dran. Jawohl. Dann verbrauchen wir auch mal hier mal ein paar... ...Schuss von dem Revolver. Ist auch nicht verkehrt. Hier nimmt es echt kein Ende. So, Nummer zwei aufgesammelt. ...aufgesammelt. Komm. Lange nicht mehr benutzt. Darf der auch mal wieder was machen. Der bringt die aber, glaube ich, nie ganz zur Strecke, oder? Noch ein neuer Revolver. Zumindest ein Loot geben die einiges. Das ist ja nicht schlecht. Adler ist wieder verfügbar. Ne, hier drin ist nix. Ich glaube, jetzt haben wir aber so ziemlich alles hier... ...da hinten wahrscheinlich noch irgendwo. Ne. Da kommen wir auch nicht weiter. Da hüpft das Mistviech rum. Ah, wahrscheinlich hier. Oben? Irgendwo? Ne. Wo haben wir denn jetzt noch hier so ein Nest? Auch noch ein Schild aufgesammelt. Das können wir dann auch verkloppen. Diese blöden Suchmissionen immer. Hier hinten ist ja nichts mehr. Tja, dann gucken wir doch mal bei dem Großen. Der hat ja auch auf jeden Fall noch Geld fallen lassen, glaube ich. Na, das ist scheinbar wieder verschwunden. War ich nicht schnell... Ah, ne, hier ist das Geld. Tja. Wo haben wir das letzte Ding rumfliegen? Laufen wir hier nochmal alles ab? Gibt schon wieder so eine ganze Folge nur Versuchen drauf. Wie mir scheint. Und ich muss auch, glaube ich, dringend mal was trinken. Mache ich dann gleich in der Pause. Ist irgendwie doch noch relativ früh am Morgen. Und, äh... So ganz wach bin ich immer noch nicht. Wahrscheinlich übersehe ich deswegen auch die ganze Zeit das... Aber hier ist auch keins von diesen Dingern mehr. Also kein... Doch, da ist noch ein Haufen. Na klar. Gut. Soviel dann zu. Ich übersehe die ganzen Sachen. Können wir es ja doch noch abschließen. Mal wieder auf Sniper zurück wechseln. Das ist zum Glück durchgeladen. Und voller Munition. Na komm, wo wir schon mal hier sind. Haben wir hier noch... Ja, Sniper-Munition. Hab's ja gerade gesagt. Tschüss. Gut, dann können wir jetzt wieder in aller Ruhe zurückfahren. Und... Die Mission abgeben. Ja, ja. Brüllt ihr nur. Die freuen sich dann ja bestimmt auch noch. Beziehungsweise der... Wie hieß denn der? Ich hab echt den Namen wieder vergessen. Hier unser Kollege. Soll ich mich dann nochmal... Ich glaub, ich wag mich dann aber auch echt nochmal nach... Ähm... Nach Oldhaven. Einfach mal gucken, wie es jetzt mit dem neuen Sniper und so läuft. So, gut gemacht. Ähm... Die gibt's nicht mehr an jeder Ecke. Ich werde mir sie mal ansehen und feststellen, ob sie noch zu gebrauchen sind. Noch was. Spider-Ens. Naja, das ist mir jetzt aber doch etwas zu... Äh... Zu wenig. Gut, hier hat sich nichts mehr aktualisiert. Schauen wir doch nochmal nach... Äh... Nach Oldhaven. Vielleicht geht's jetzt ja ein bisschen besser. Ähm... Ja, direkt mal Geld eingesammelt. So, Speicherpunkt. Ähm... Ach, ich hab dir die jetzt auch noch angenommen. Um die Quest wollte ich eigentlich nicht. Ich guck mal, wo wir das jetzt abliefern müssen. Ähm... 4.000 können wir noch verkaufen. Da muss ich, wie gesagt, auch drauf achten, dass ich jetzt nicht aus Versehen... hier meine tolle Waffe verkaufe. Das wäre etwas ungünstig. Kann ich mir irgendwie vielleicht eine Scharfschützenposition zusammensuchen oder so? Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Ich treffe hier aber schon wieder nicht anständig. Ich sollte mir vielleicht auch da nicht immer zu viel Zeit mitlassen. Das... Geht dann doch etwas sehr... Geht dann doch etwas sehr... Auf unsere Gesundheit. Verständlicherweise. Hm... Eine Granate. Der wäre erledigt. Aber ich glaube, unser neues Schild macht uns hier auch... Äh... Leistet uns hier gute Dienste. Gut. Geballert wird jetzt von... Da oben, glaube ich. Ja. Den kriege ich aber einfach nicht von hier. Ne. Dann machen wir mal einen Folgenstopp... Nachdem wir ihn hier angeschossen und... Hoffentlich auch gleich erledigt haben. Wieso trifft er denn jetzt schon wieder nicht? Ah... Jetzt ist hier wieder Party ohne Ende. So, machen wir hier einen Folgenstopp. Dann bis zur nächsten Folge. Hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin. Ciao, ciao.